Chancengleichheit ist mir wichtig, weil sie integriert statt diskriminiert. Im Kanton Zürich leben knapp 50'000 Langzeitarbeitslose. Trotz etlicher Bemühungen finden die betroffenen Schweizerinnen wie auch Migrantinnen keine Arbeit. Bei einigen liegt es an ihrer ungenügenden beruflichen Qualifikation oder an sprachlichen Schwierigkeiten. Doch alle Menschen brauchen eine Aufgabe, auch schlecht Ausgebildete. Es liegt in unserer Verantwortung, ihnen eine Chance zu geben. Unternehmen etwa können Nischenarbeitsplätze schaffen. Denn Arbeit stärkt das Selbstwertgefühl, hält gesund und hilft, sich in die Gesellschaft zu integrieren.